Die Fusion ist, wenn Aufnahmen zu reden werden, wenn anders sein normal ist, wenn nebeneinander zu miteinander wird, wenn keiner mehr draußen bleibt muss, wenn alle mitmachen dürfen, wenn Unterschiedlichkeiten zum Ziel führen. Die Frauen, die Stimme, die Stimme, die Stimme, die Stimme, die Stimme! Das hat die Arme. Immer noch eins zu eins. Jetzt muss noch ein bisschen Schmackes kommen. Komm, komm. Hau den in die Kanonen. Jetzt muss noch ein bisschen Schmacken. Jetzt muss noch ein bisschen Schmacken.